Es wird berichtet, dass Lady Louise Windsor eine Schlüsselrolle in der Zukunft der Monarchie spielt, da die Royals derzeit in die Fußstapfen von Prinz William treten, inmitten der Krise des strengen Staatsabbos. Ein königlicher Insider behauptet, dass der 20-Jährige, ähnlich wie ein Cousin, derzeit im zweiten Jahr englische Literatur an der Universität St. Andrews in Schottland studiert, wo sich der Thronfolger einschrieb und seine zukünftige Frau, Prinzessin Katharine, kennenlernte. Das älteste Kind von Prinz Edward und Herzogin Sophie fehlte studienbedingt beim diesjährigen Gottesdienst am Ostersonntag, da laut Websites der Universität sowohl die Woche vor als auch die Woche nach Ostern noch als Semesterzeit gelten. Richard Eden hat nun von Palast Insidern gehört, dass Lady Louise, die sich als Lieblingsenkelin des verstorbenen Prinz Philip etabliert haben soll, die perfekte Wahl wäre, um William bei der Bewältigung der königlichen Arbeitsbelastung zu helfen, wenn er nach der Krebsdiagnose von König Charles König wird und anschließende Behandlung. Lady Louises Vater, der Herzog von Edinburgh, ist bei der Ausübung seiner Pflichten geschäftiger und prominenter als je zuvor. Ein weiterer großer Dienst, den das Paar dem Land erweisen könnte, wäre, ihre Kinder, Lady Louisa und James, den Earl of Wessex, zu ermutigen, zu gegebener Zeit arbeitende Royals zu werden. Die Geschwister könnten dem schlanken Zustand des Königs den dringend benötigten Schub an Jugend und Energie verleihen, sagte der Insider. Wenn Prinz William König wird, wird er dem Beispiel seiner Großmutter, Königin Elisabeth, folgen und seine Cousins, darunter Lady Louisa und James, bitten, königliche Pflichten mit ihm zu teilen. Die königliche Familie wird in ein paar Jahren etwas Jugend brauchen. Derzeit gibt es elf arbeitende Royals, aber Prinzessin Alexandria ist heutzutage nur noch dem Namen nach einer davon, da sie eine ziemliche Mönchin geworden ist. Jetzt wird auch der Herzog von Kent langsamer, was angesichts seines Alters nicht überraschend ist. Von den neun anderen sind fünf zwischen 73 und 79 Jahre alt, wobei nur Edward, Sophie, William und Katharina unter 65 Jahre alt sind. Die verstorbene Königin befand sich in den 60er und 70er Jahren in einer ähnlichen Situation. Prinzessin Mary und Prinzessin Marina waren verstorben. Der alte Herzog von Gloucester wurde durch eine Reihe von Schlägen außer Gefecht gesetzt, und der Herzog von Kent übte aufgrund seiner Karriere in der Armee nur gelegentliche Pflichten aus. Eigentlich sollte Prinz William von Gloucester an Bord kommen, doch er kam bei dem Flugzeugabsturz ums Leben, sodass stattdessen sein jüngerer Bruder, Prinz Richard, und seine frischgebackene Frau seinen Platz einnahmen. Drei oder vier Jahre später begann der Herzog von Kent seine königlichen Vollzeitaufgaben. Luisa und James wären eine Bereicherung für die königliche Familie. Es wäre schön gewesen, wenn die jüngeren Mitglieder der königlichen Familie mit frischen Ideen im Dienst wären, aber das wäre ihre Entscheidung. Möglicherweise haben sie bereits eigene Pläne für die Zukunft. Es stellte sich heraus, dass Lady Luisa immer das Lieblingsenkel Kent von Prinz Philip und nicht Prinz Harry war. Die souveräne junge Dame ist nun bereit, eine aktivere Rolle in der jüngeren Generation der arbeitenden Royals zu übernehmen, was eine positive Entwicklung ist. Es ist ermutigend zu sehen, wie die Kinder von Prinz Edward ins Rampenlicht treten. Lady Luisa und ihr Bruder werden unter Wilhelms Herrschaft Prinz und Prinzessin Titel erhalten. Dieses Problem ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Meghan sich früher für Titel für Archie und Lied eingesetzt hat. Ich freue mich, dass Lady Luisa eine sichtbare Präsenz haben wird, und es wäre eine angemessene Hommage an ihre Großmutter, wenn sie den Titel einer Prinzessin verwenden würde. Die Kinder von Prinz Edward haben sich mit Anstand und Anstand verhalten, im Gegensatz zu einigen Personen aus Übersee, denen meiner Meinung nach ihre Titel entzogen werden sollten.